Hallo meine Lieben, ja es ist April und das heißt es ist Zeit für die Nachlese von meinem Manga Haul aus dem März und ja, ich habe wieder alle Bände, die ich da gekauft habe, durchgelesen und ja, jetzt kommt eine kleine, schöne Rezension. Ja, fangen wir mal an. Das eine waren Band 2 und 3 von My Pretty Policeman und ja, kurz im dritten Band ist noch eine kleine Erläuterung von der Autorin drin. Das ist ursprünglich eigentlich nur ein Band sein sollte und nach dem ersten Band kamen dann wohl viele Leseanfragen beim Verlag, die sagten, sie wollten gerne wissen, wie die Geschichte von Shin und Seiji weitergeht und dann hat sie sich entschlossen, gut, dann schreibe ich die Geschichte halt noch weiter. Es sollten dann eigentlich vier Bände werden, aber dann hat ihr Redakteur wohl gesagt, am Ende von Band 3, es ist doch nicht ganz schön, wie die Geschichte so endet und vielleicht reicht das dann ja auch und deswegen sind es jetzt halt drei Bände. Sie hat noch geschrieben, sie hat zwar Material für einen vierten Band und vielleicht kommt da irgendwann auch nochmal irgendwas, aber so ist der Manga erst einmal abgeschlossen und ich finde es total schön. Es ist eine richtig schöne romantische Liebesgeschichte zwischen den beiden und es sind zwar auch viele erotische Szenen natürlich mit dabei, aber sie passen einfach auch zu der Geschichte, weil die beiden einfach so herrlich ineinander verliebt sind und besonders Shin ist einfach manchmal so süß unbeholfen. Zum Beispiel, wie er versucht, auf alle möglichen Arten Seijis Ringgröße herauszubekommen, weil er ihm unbedingt einen Partnerschaftsring kaufen möchte. Und ja, da gibt es jede Menge lustige Szenen und einfach ein schöner Manga. Und wie gesagt, mit drei Bänden ist er erst einmal abgeschlossen und ja, kann ich definitiv empfehlen. Dann, das nächste ist ja, Band 1 von Minato's Coin Laundry, also Minato's Münzwaschsalon, was für ein komisches Wort. Und ja, kurzer Abriss der Geschichte. Es geht um Minato, der Anfang 30 ist, der vorher einen Bürojob hatte, da irgendwann wegen Überarbeitung einfach zusammengeklappt ist und nun den alten Münzwaschsalon von meinem Großvater übernommen hat. Und ja, eigentlich erst mal so ein ruhiges Leben jetzt genießt. Und ja, eines Tages kommt ein junger Schüler in seinem Waschsalon, Shintaro, und ja, Minato gefällt Shintaro gleich irgendwie so auf Anhieb. Aber der Altersunterschied ist natürlich ein bisschen, dass er sich zurückhält. Er outet sich Shintaro dann gegenüber auch, dass er halt auf Männer steht. Und Shintaro wirkt erst irritiert, aber nach ein paar Tagen sagt er so, ja, ich hätte auch Interesse an dir. Und wird dann ziemlich forsch irgendwie, muss ich sagen. Und wo ich beim Lesen stellenweise auch gedacht habe, so, Shintaro, du könntest dich auch mal ein kleines bisschen wieder zurückhalten. Denn, also es gibt da zum Beispiel eine Szene, wo, also bei ihm zu Hause, weil Shintaro ist halt ziemlich viel Trubel, weil er eine große Familie und viele Geschwister hat. Und Minato bietet ihn halt an, wenn du mal in Ruhe Hausaufgaben machen willst oder in Ruhe Manga lesen willst, kannst du das hier im Waschsalon auch gerne machen. Und Shintaro kommt dann eben so auf die Idee, ja, können wir nicht auch zu dir nach Hause gehen? Und Minato so, nein, wir können nicht zu mir nach Hause gehen. Und Shintaro meinte, ja, aber du hast ja gesagt, wir sind befreundet. Und Freunde können sich doch auch zu Hause besuchen gegenseitig, oder nicht? Mir habe ich beim Lesen so gedacht, so, Shintaro, jetzt wird hier mal nicht spitz, finde ich. Also, ich meine, wenn er volljährig wäre, dann würde mich dieser 13 Jahre Altersunterschied ja nicht stören. Aber ich habe die ganze Zeit auch gedacht, so, Shintaro, du bist minderjährig, du bist 17, Minato ist 30. Wenn du hier irgendwas forcierst, kannst du ihn damit auch ganz schön in Schwierigkeiten bringen. Und auch Minato versucht, Entschuldigung, ihn so ein bisschen auf Abstand anzuhalten und erzählt ihm dann, dass er halt auch mal, als er in seinem Alter war, in einen seiner Lehrer verliebt war. Und sagt dann, vielleicht ist das bei dir auch nur so eine Bewunderung oder jugendliche Schwärmerei. Also, nimm das doch nicht so ernst, dass du jetzt irgendwie groß in mich verliebt bist. Aber Shintaro scheint da ziemlich gefasst zu sein. Und er erwähnt hier am Ende auch noch irgendetwas, was 10 Jahre zurückliegen soll in Minatos Leben, wo ich da noch so ein bisschen rätsele, was er meinen könnte. Weil ich dachte, gut, da wäre Shintaro 7 gewesen. Was kann da irgendwie passiert sein? Also, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es dann in Band 2 und 3 weitergeht. Die werde ich mir diesen Monat auf jeden Fall dazu kaufen. Und ja, noch ein kleines Detail. Minato's Coin Laundry gibt es auch als Live-Action-Adaption, also als Realserie. Gut, ja, dann kommen wir zu einem Manga von Junko. Küss ihn, nicht mich, ist ja auch schon ein bisschen älter. Ja, Handlung habe ich, glaube ich, im Hall schon so ein bisschen erwähnt und er ist irrsinnig witzig. Also, da muss ich definitiv weiterlesen. Vor allen Dingen, ja, weil ich den Hauptcharakter Kai auch irgendwie so ein bisschen nachempfinden kann. Ich meine, als eingefleischter Otaku bin ich ja auch und ich habe ganz oft beim Lesen gedacht so, ach, ich verstehe dich wirklich. Schwester. Gut, etwas übertrieben, aber ich kann ihre Leidenschaft durchaus irgendwie nachvollziehen. Und ja, trotz ihrer etwas ungewöhnlich körperlichen Wandlung. Und der Manga ist einfach wirklich, wirklich witzig. Und ich bin gespannt darauf, wie es weitergeht. Ja, aus der Feder der gleichen Autorin, ich kann nicht reden heute, was ist denn los? Idle Me, also der Manga, wo ein leidenschaftlicher Fan und das Idle, das von ihr bewundert werden, irrtümlich die Körper getauscht bekommen, nachdem sie beide bei einem Konzert von den Bühnenlicht erschlagen worden sind. Gut, Körpertausch-Stories sind ja nicht neu, aber hier ist es, glaube ich, besonders witzig, weil ich mir auch wieder erlegt habe, so, stell dir mal vor, du hast einen Idle, einen Star, den du wahnsinnig toll findest und tauscht dann plötzlich mit diesem Star den Körper. Bist also in dem Körper deines Idols. Ich meine, wie wird man da reagieren? Und das führt dir halt eben auch zu einigen lustigen Szenen, zum Beispiel als Azusa, also das Mädel, im Körper von ihrem Idle steckt, nachdem sie wieder zurückgeschickt worden sind auf die Erde, passiert das mitten während eines Konzertes, aber sie kann eine Situation da retten, weil sie sagt, so, klar, ich kenne den Song auswendig, ich kenne die Choreo komplett auswendig, gar kein Problem. Später wird es dann aber zum Problem und ja, die beiden müssen quasi dann den Manager irgendwie überzeugen, dass sie tatsächlich die Körper getauscht haben, was mit ein paar Startschwierigkeiten auch gelingt. Und Band 1 endet damit, dass ihr Schwarm Chica als Schüler auf ihre Schule versetzt wird. Da bin ich auch gespannt, wie das hier weitergehen wird. Auf jeden Fall, sehr amüsant. Gut, dann haben wir hier noch Band 1 von Mixed Up First Love. Ja, kurze Erklärung, es geht um den Schüler Aoki und ja, die Situation, die sich entwickelt ist, sie schreiben in der Schule einen Test. Er hat kein Radiergummi dabei und seine Sitznachbarin, in die er total verschossen ist, leiht ihm dann einen Radiergummi. Er stellt dann fest, dass auf dem Radiergummi der Name des Schülers steht, der vor ihm sitzt. Und er denkt so, ah, sie schwärmt also für ihn. Er lässt dann aus Versehen den Radiergummi fallen, den Ida, der Schüler vor ihm aufhebt, das dann sieht und sich denkt, oh, der ist also in mich verliebt oder was? Ja, und aus diesem Missverständnis ergeben sich dann so einige unangenehme Situationen zwischen den beiden. Und ja, und Aoki möchte jetzt natürlich auch nicht die, ja, Leidenschaft seiner Sitznachbarin irgendwie sabotieren und ja, tut dann erst einmal so, als ob er quasi in Ida verschossen wäre. Und ja, es ist recht kompliziert, vor allen Dingen am Ende von Band 1 stellt sich heraus, dass dieses Missverständnis noch viel umfangreicher ist, als am Anfang gedacht. Und ja, da bin ich auch gespannt, wie es weitergeht. Gibt es auch als Live-Action-Umsetzung übrigens den Manga? Und ich habe mir die erste Folge schon mal angeschaut, noch nicht zu weit, weil ich den Manga ja auch noch nicht weiter gelesen habe. Aber die Adaption ist sehr, sehr schön, hält sich auch ziemlich eng an den Manga und stellt auch viele Szenen aus dem Manga direkt eins zu eins nach. Und ja, finde ich sehr schön. Gut, ja, und dann kommen wir zum Abschluss zu einem Manga, von dem ich nicht ganz so genau weiß, was ich davon halten soll. Und zwar Come to where the bitchboys are. Ich habe mir den Manga ja lange Zeit so ein bisschen auf der Liste gehabt und dann gedacht so, hm, der Titel hat zwar so ein bisschen abgeschreckt, aber ich habe dann so einige Rezensionen gelesen und da stand dann eben drin, ja, so hat man sich vom Titel nicht abschrecken lassen. Und dann habe ich ihn eben gekauft und den ersten Band gelesen. Aber wie gesagt, ich bin so ein bisschen unschlüssig, was ich von dem Manga halten soll. Also es ist, es ist schon edgy, also versaut, aber irgendwie auch nicht. Also ich sage mal so, es wird sehr viel über Sex geredet, aber es gibt relativ wenig zu sehen. Und die paar Szenen, wo wirklich mal was zu sehen sind, sind dann auch noch auf ziemlich, ja, blöde Art zensiert. Also was Zensur in Boys Love Manga angeht, finde ich, entweder soll man es ganz machen, ne, also die entsprechenden Körperteile entweder ganz abdecken, ne, mit Rasterfolie oder mit, ähm, mit Deckweiß oder so. Oder man soll es halt richtig alles zeichnen. Was ich nicht mag, ist dieses, man zeichnet und setzt dann diese zwei, drei weißen, schwarzen Striche darüber. Weil das finde ich albern. Entweder zensiert man richtig oder man lässt es bleiben. Und, äh, ja. Und, ähm, es ist mir ehrlich gesagt auch ein bisschen wenig Handlung irgendwie in dem Manga. Also, weil abgesehen von den Hauptcharakteren scheint der Rest der Schule, an der das spielt, irgendwie gar nicht stattzufinden. Und auch dieser angebliche Fotoclub, der im Grunde ja nicht zweit als ein Hostclub ist, da heißt es auch an der und so, ja, Lehrer gehen da auch ein und aus, ja, findet aber auch irgendwie nicht statt. Und, äh, ganz abgesehen davon, dass alle Charaktere mächtig einander Waffel haben und irgendwie total durchgeknallt sind. Ähm, ja, aber ich weiß nicht ganz so genau, was der Manga eigentlich will und wo er irgendwie mit seiner Story hin möchte. Und im Moment würde ich eher sagen, momentan bin ich nicht so versucht, den Manga weiterzulesen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, kann ja sein, dass es vielleicht noch irgendwie besser wird in den nächsten Bänden. Aber, also vom Hocker gehauen hat mich der Manga jetzt erst einmal nicht. Aber man kann ja nicht immer einen Glücksgriff holen, ne? Gut, ja, das war's. Ich hoffe einigermaßen kurz und knapp mit meiner Manga-Nachlese vom März. Und, äh, ja, es dürfte nicht mal zu lange dauern. Dann gibt es einen Manga-Haul vom April. Und, äh, ja, mal gespannt, was ich da dann wieder alles zusammentragen werde. Okay, meine Lieben. Ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut! Schöpfiff-Druckfisch Woah-Hallo